La 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 Jo ho Stardieu Valley Freunde, hallo und herzlich willkommen zum ersten Tag im Herbst von Stardieu Valley. Oh, Junge. Ich will mal gleich hören, ob es hier irgendwas Bestimmtes zu wissen gibt. Der Wahrsager könnte mir vielleicht sagen, was ich an diesem Tag alles Magisches erleben werde. Willkommen bei Velvix Murakl, dem heutigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Oh, wie praktisch. Oh, die Musik ist ja super schön. Die ist echt super schön. Ähm, okay. Ich, ähm, ich, ähm, wollte... Das ist alles Eisen, was ich noch hab? Ich kann nicht... Ich war ja mal fleißig und hab das verbraten, deswegen, ja, ist das einzige Eisen, was ich noch hab. Es passiert... Ich kann so viele Dinge... Ich kann so... Es ist so viel... Oh mein Gott. Ich muss... Ich kann mich... Konzentration. Ganz ruhig. Es warten noch wahnsinnig viele Abenteuer auf mich. Ich muss nicht alles gleich heute an einem und demselben Tag machen. Aber ich will... Oh mein Gott. Guck mal, wie schön. Oh, wie wunderschön das hier aussieht. Geh weg. Oh, wie wunderschön das hier aussieht. Komm raus, meine kleine Hühnerchen. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Hallo. Pipa und Po. Pipa-Po. Oh, ist das schön. Jetzt können sie draußen rum... Also, falls sie wollen. Im Herbst kann es ja sein, dass sie sagen, dass sie ein bisschen... Nö. Finden sie gut. Ich würde euch gerne mehr Auslauf schenken. Da muss ich mich noch dringend drum kümmern. Oh, no. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. So. Das muss ich hier ein bisschen zaubern. Oh. Da ist die ganze Ernte dahin. Ist so mühsam um alles gekümmert und das war es dann erst mal. Ah, ich kann den anderen Pflanzen nichts tun. Ich kann hier also ganz entspannt mit der Hake rangehen, ja? Das ist doch super. Das ist doch mal gut zu wissen. Ähm, ja. Jetzt wäre es intelligent. Ich würde mir erstens Sprenkler besorgen und zum anderen die anderen Sprenkler vernünftig setzen und vielleicht hier auch intelligentes Wegedesign vornehmen. Wie war denn das jetzt? Hm, was brauchte ich denn alles für diese krassen Sprenkler? Viel. Eisenbarren, Goldbarren, verfeinerter Quarz. Nee, sowas besitze ich nicht. Ähm. Goldbarren, ja. Könnte ich eventuell machen sogar. Bin mir nicht sicher. Benötigt fünf Erz. Okay, auch nicht. Verfeinerter Quarz habe ich. Also mangelt es mir nur an Gold. Soll heißen, die neuen Mimengründe, die wir uns eventuell erschließen können jetzt, da ich ja mehr frei gearbeitet habe, könnten das, äh, könnte die Lösung sein. Könnten dabei helfen. Na gut. Ähm. Ich habe sogar ein bisschen gemischte Saat. Das ist auch schön. Das gibt mir Pflanzen aus dieser Jahreszeit. Das ist schon mal ein schöner Startboost. Ähm. Oh, der Pilz ist ja richtig gut. Wow. Minus 90 Energie essen sollte ich den auf keinen Fall. Ja, ich habe auch meine seltene Saat noch. Nicht, außer den irgendwo hinpflanzen. Ähm. Hier ist sonst nichts Spannendes. Oh, Mann. Ich und der Hammer, ne? Das ist einfach... Ja, hier weiß ich noch nicht. Dann behalte ich, glaube ich, noch ein paar Sachen. Möchte jetzt nichts unnötigerweise aufbrauchen. Wenn ich jetzt hier noch einen Sprenkler hinstellen würde, wäre das super. Ich glaube, ich hole mir mal gerade Holz, Leute. Und ich markiere einfach schon mal ein bisschen was. Wir markieren einfach schon mal ein bisschen was. Wir bauen vielleicht auch schon mal ein bisschen was. Ein bisschen hier ausbauen. Auch die Zäune eventuell ausbauen. Ne? Ich meine, theoretisch könnten wir Ditte ja wirklich besser runterlaufen lassen. Ich sehe jetzt nicht das Problem... Oh, mein Gott. Seriously? Ich habe gerade mit meiner Axt... Ich habe... Oh, wow. Alles klar. Oh, pass bloß auf, wo du mit deiner Axt in haust, Mädchen. Puh. Das habe ich ja gut gemacht. Das ist mir fast nicht peinlich. Oh Gott. Das ist ja schrecklich. So, Dekopfad. Der Dekopfad. Kommt immer dahin und dahin. Dahin. Konnte man das nicht irgendwie... Nein, das wollte ich nicht. Wie konnte man nochmal den Boden wieder, dass der dicht wird? Wie ging das noch? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich habe es vergessen. Ich würde jetzt hier einfach mal da, wo ich sage, jo, da möchte ich später Sprenker haben, was platzieren. Das muss umgebaut werden. Da brauchen wir einen anderen Zugang zum Wasser. Das wäre kein Problem. Da unten ist ja sowieso noch ein bisschen Platz. Zack. Da können wir nämlich hier den Zugang zum Wasser machen. Ich pflanze dann schon mal da hin. Und das hier und das hier. Wobei, das ist zu dicht. Die machen ja immer einen breit. Moment. Eins, zwei... Oh, ich habe gerade Probleme. Moment, ich habe gerade Probleme. Honey, das wissen wir. Ja, aber... Richtig. Bedeutet? Dahin. Ist schon richtig. Und dann dahin. Ja, 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 ja. Zwei... Äh, äh, äh. Ja, 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 ja. Bin ich doof? Manchmal brauche ich länger. Das ist okay. Jeder darf mal länger brauchen, wenn er denkt. Und so. Äh, dann mache ich mal gerade mal ein bisschen Zaun. Warte mal. Eins, zwei, zack. Eins, zwei, zack. Eins, zwei. Und weg mit dir. Was auch immer da gerade passiert ist. Und weg mit dir. Cool. Da gab es sogar ein bisschen Holz. Sehr gut. Das wäre dann also das, was ich mit den Sprenklern erst mal achieven will. Hier ist es gerade mir gar nicht mal so wichtig. Ah, hier drüben hatten wir ja Gott sei Dank alles mit dem voll. Ja gut. Oh Gott, es ist schon zwölf Uhr. Und ich habe noch gar nichts geschafft. Ah, es ist so bezaubernd. Es sieht so unglaublich hübsch aus. Ich möchte natürlich auch gerne ähm, die ganzen neuen Früchte kennenlernen. Und mir das alles in Ruhe angucken. Aber es ist halt einfach schon wieder Kriege ich noch Heu dazu? Ich habe immer so viel. Das ist alles voll, ja. Es ist so, es ist, es ist so viel, was ich machen kann. Ah. Oh Gott. Und ich muss ja auch anbauen. Ich sollte halt heute, wenn ich kann, noch anbauen. Kümmern uns heute wahrscheinlich um nichts anderes. Gerade ein bisschen Holz zurückgewinnen, wenn wir schon hier sind. Hier gibt es ordentlich Hartholz. Das wäre auch wichtig. Zack. Äh, wir wollen das ein bisschen ordentlicher machen. Das bedeutet, ich muss mir diesmal Gedanken machen, wo ich was hinbaue. Das wird nix. Das weiß ich jetzt schon. Ich mache mir mal gerade den Weg hier frei, um da auch noch Zaun hinzupacken. Dann wird das nämlich hier ein riesengroßes Feld. Krass, es ist nichts runtergefallen. Krass. Äh. Ne? So. Das war ja so auch der Gedanke. Eigentlich nicht, aber... Hier auch wieder offen lassen. Aha, 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 aha. Einfach hier runter und dann kommt hier unten noch ein großes... Ah, mein Handy klingelt, was ist los? Ah, oh. Alter, ich habe mich gerade so von meinem eigenen Handy erschrocken. Das könnt ihr euch einfach gar nicht vorstellen. Okay, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch halt auch, aber ich habe mich da schon ein bisschen verjagt. Ähm, nee, unten... Ja, unten möchte ich noch gar nix machen. Das kann ich... Gras kann ich nicht wegmachen, ne? Dann brauche ich das hier gar nicht machen. Kann man Gras irgendwie wegmachen? Auf dem Boden, um das Feld zu bestellen? Brauche ich da eine krassere Hacke, um das zu machen? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich bin immer auf euer... Oh, das war ein Sprenkler. Naja, ich bin immer auf euer, äh, Fachwissen angewiesen, aber das wisst ihr ja schon. Ja, einen Sprenkler kann ich ja ruhig auch platzieren. Der macht dann... Guck mal, der macht hier drumrum. Dann macht der... Nee, das ist albern. Dann... Nee, das ist auch albern. Dann macht der hier so drumrum. Pflanze ich jetzt einfach auch mal gerade um den Sprenkler drumrum an. Damit ich mich einfach um die Sachen schon mal nicht mehr so krass kümmern muss. Ich glaube, das passt. Und... Ja, hier muss ich auch nochmal gießen. Ähm, Gott. So viel zu beachten, so viel zu denken, so viel zu tun. Äh. Und es hat gerade erst angefangen, aber... Lass mich dadurch nicht stressen. Ich mache das, was ich tun kann. Übrigens ist es was sehr Schönes, was Stardew Valley einem beibringt. Äh, nicht nur Arbeitsoptimierung, sondern auch dieses, ähm... Ja, wie soll ich sagen... Einfach das Beste geben, was man geben kann, damit zufrieden zu sein und den Fortschritt, der dadurch resultiert, ähm, zu akzeptieren und anzuerkennen. Ich bin nämlich auch immer jemand, ich würde mich gerne zweiteilen und ich arbeite gerne mal zwölf Stunden am Tag. Und dann muss ich mir einfach mal sagen, es geht nicht mehr. Manchmal... Manchmal... Hier hatte ich schon gegossen, ne? Genau. Manchmal geht nicht mehr. Manchmal muss man einfach mal akzeptieren, dass... Dass... Dass man an ein Limit kommt, dann macht das auch keinen Sinn mehr. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Natürlich muss man sich klar sein, wo die Prioritäten liegen, ob es gerade aktiv wirklich wichtigere Dinge gibt. Wenn das sehr wichtige Dinge sind, die man zum Beispiel erledigen muss, dann muss man sich da auch mal hintersetzen. Dann kann man auch stolz auf sich sein, dass man das hergekriegt hat. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ah, Stardew Valley lädt immer ein, über solche Themen zu reden. Das finde ich so schön. Haben wir hier schon gegossen gehabt? Ja. Ihr wisst, ihr habt ein Sieb-Gehirn, ne? Ich vergesse das halt nach drei Sekunden schon wieder. Ah, nee. Zack. So, da kann all das jetzt erst mal rein. Und da. Da, da, das. Habe ich noch irgendwas anpflanzen? Nein. Hätte düngen können. Das wäre intelligent gewesen. Ich würde aber auch gerne den besseren Dünger machen. Oh Gott, ich sollte einkaufen gehen. Oh Gott. Oh Gott, es ist schon zu spät. Nicht, dass das jetzt schon vorbei ist und zu und ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Eine Beere. Eine Wildpflaume. Oh, lecker. Ich mag Pflaumen. Vor allen Dingen mag ich den Geruch von Pflaumen. Ich finde Pflaumen riechen. Ähm, so. Oh, das ist, das ist ja dieser ganz eigene Geruch. Ja, Moment. Ich muss das mal einkaufen, falls ich noch kann. Ja, ich werde einkaufen. Hallo. Oder auch nicht. Komm zurück, wenn Pierre im Laden ist. Pierre? Die Herbstsaat ist hier. Im Winter wachsen keine Pflanzen. Also ist das deine letzte Chance bis zum Frühling. Hau es ordentlich rein. Pierre, geh an deine Kasse, Pierre. 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 Oh nein. Der Laden hat schon geschlossen, ne? Oder? Ja. Ach man, ich bin zu langsam gewesen. Ich trottel. Äh, einen roten Pilz. Aber mein toller roter Pilz. Morgen hat Penny Geburtstag. Ich mag Penny. Penny ist cool. Naja, es ist dann einfach schon super spät. Na, schnell an der Mülltonne wühlen. Sieht gerade k- Oh. La, la, la. La, 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 la. Da, la, 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 la. Oh. La, die, du. Ihr seht das gar nicht. Ich bin gar nicht hier. La, 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 la. Malz. Okay, es war nichts Tolles drin. Ah, Mann. Ich, so viel. Oh, die Herbstdekoration. Es ist alles so süß und bezaubernd. Ich habe mir noch gar nicht alles angucken können. Und so viel zu tun. Und ich habe vergessen, Saat zu kaufen. Aber ich habe alles vorbereitet dafür. Das ist ja auch wichtig. Wimme! Wimme! Vögel! Oh. Ui, Steine. Vögel! Mehr Wörner? Nein? Die Mupfel! Oh, jetzt sind hier süße kleine Pilze an der Tür. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht so laut klopfen. Ah, ist verschlossen. Na gut. Hätte ja sein können. Sein können, dass ich mit der Mupfel reinkomme oder sowas. Nehme ich auch mal mit. Ich habe einen Tag verschwendet, weil ich ein kleiner Dussel bin. Ja, ja, so bin ich. Vielleicht habe ich ja Glück und es regnet morgen. Dann kann ich wenigstens ganz gechillt anpflanzen. Das wäre auch nicht schlecht. Habe jetzt auf den Wetterbericht nicht so geachtet. Sollte ich zu Hause nochmal machen. Die Zeit geht halt einfach auch so schnell vorbei. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich will noch so viele Sachen machen. Ach, Mann. Ah, Sonnenblumen. Boah, Sonnenblumen. Ich liebe Sonnenblumen. Mann, ich kriege ja auch nichts zu essen. Oh, das sieht aus, als würden da später Bären am Busch ballern. Oh. Hey, Shane. So, spät noch auf. Hier. Hast du ein kühles Bier? Äh, eigentlich... Okay, ich bin nicht so der Biertrinker, aber... Ja. Leben. Hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglichen Vorhaben einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner elenden Leere so tief feststecken, dass du nie wieder daraus entkommen kannst? Ja, manchmal schon. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, um aus diesem Loch zu klettern. Ja, ich sage ja, das ist auch dann, wenn man sich noch so bemüht und bemüht und bemüht und bemüht und über seine Grenzen hinausgeht und dann keinen Erfolg bekommt. Das kann echt wehtun. Hey. Schnelle Trinkerin, hm? Frau ganz nach meinem Herzen. Mach's dir nur nicht zur Gewohnheit. Du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Meine Leber flieht mich an, aufzuhören. Lassen wir es für heute gut sein. Man sieht sich, Hanni. Ich sollte ihm mehr Peperoni bringen. Dann brennt sein Magen so sehr, dass er keinen Alkohol mehr hineinkippen kann. Ich will es ein bisschen besoffen. Äh, pff, ah, entschuldigen Sie. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, wer sind Sie denn? Hi. Ich bin da. Oh, ich kann sie mitnehmen. Aber wer sind Sie denn? Cool, was ist hier los? Wo sind Sie denn? Wo bin ich eigentlich? Das würde tatsächlich passieren, wenn ich ein Bier so schnell austrinken würde. Das ist sehr akkurat. Ich, ähm, auf der einen Seite vertrage ich Alkohol, auf der anderen Seite nicht. Und ich mag Alkohol nicht, weil ich mag halt dieses Gefühl nicht, die Kontrolle über sich zu verlieren. Oder dass die Hemmschwelle herabgesetzt wird. Ich ertrage dieses Gefühl nicht, deswegen weiß ich nicht. Der einzige, der einzige Moment, bei dem ich Alkohol durchaus als intelligente Droge sehe, die man nutzen kann, ist in dem Moment, ich packe auch mal die Früchte des Weides jetzt mit dazu. Ähm, das ist in dem Moment, wenn man sie nutzen kann, um Ängste zu überwinden, ohne dabei natürlich durch massiven Alkohol zu schaden zu kommen und ohne diesen Alkohol wieder zu brauchen. Also, ich habe Sozialängste bei mir damit abgebaut, dass ich, wenn ich einen Auftrag hatte und ich musste funktionieren, ich musste reden und vor vielen Leuten reden und das musste gut klappen und es hatte gut zu funktionieren. Und ich wollte witzig sein und gehemmter, dann habe ich halt so einen winzigen Mikrozentimeter von einem leicht benetzten Glas mit Whisky oder sowas getrunken. Und ich glaube, es ist ein Placebo-Effekt, der dann da eingetreten ist, dass ich mich, habe ich eigentlich hier, ist alles gut, okay. Ein Placebo-Effekt, der dann auch vielleicht eingetreten ist. Ich habe mich dann halt ein bisschen enthemmter gefühlt und habe funktioniert und ich wusste ja, das bin ja ich, das steckt ja alles in mir drin. Das ist ja, das kommt ja nicht durch die Droge, sondern das bin ja ich, die setzt das nur frei und habe dann loslassen können und habe das natürlich auch ohne irgendwas trinken zu müssen wiederbekommen. Aber es ist für mich halt leicht, weil bei mir reicht es, Alkohol zu riechen und ich kriege anscheinend, ich bin halt Placebo-Alkoholiker oder sowas. Ganz ehrlich, betrinken, also erstens habe ich das noch nie gemacht, deswegen kann ich vielleicht auch nicht viel beurteilen, aber don't do this, don't, don't do this, don't do this, es löst Probleme nicht, wirklich gar nicht. Und das ist das Einzige, was einem im Leben weiterhilft, Probleme lösen oder lernen, mit ihnen zu leben. Also ich meine, ich bin ja auch ein laufendes Problem, ne? Ich musste lernen, mit sehr vielen Problemen einfach zu leben. Also nicht richtig essen können, nicht richtig schlafen können und eigentlich alle anderen Grundbedürfnisse. Ich meine, ich bin Belastungs- und Stress-Asthmatiker. Gott, ich bin nicht lebensfähig. Ähm, ich bräuchte mal richtig geilen Dünger hierfür. Da möchte ich ganz vor allem leuchtet, ist nur so krass. Ist das was Besonderes? Ähm, kann ich nicht so einen mega krassen Dünger herstellen? Ein Eichenharz, verdammt, ich hab die falschen, ich züchte nicht den richtigen Krempel. Stein und Lehm. Nee, die Nacht bewässert zu bleiben, im besten Fall bla. Nee, dann sollte ich den Standard-Dünger einfach nehmen. Erstmal, weil ich keine andere Wahl habe. Dann mach ich mir den Standard-Dünger. Und komm, so spät ist es noch nicht, das kann ich noch machen. Hatten wir nicht noch welchen, würde ich gerade sagen. Fertilizer. Ähm, ich hab nicht noch an irgendeinem Sprenkler was frei, nein. Dann kommst du direkt hier davor, mein besonderer Samen. Was auch immer aus dir wird. Wer weiß, wer weiß, ne? Und ich schnapp mir jetzt meine Barren, ballern mich ins Bettchen. Und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Herbst zusammen mit euch, das wird bestimmt großartig. Wir sind es das nächste Mal wieder bei Star, Jew, Valley, im Herbst, wenn ich dann vielleicht auch endlich mal was gepflanzt kriege. Und vielleicht kann ich auch bald in die Minen gehen. Und dann erleben wir ganz viele Abenteuer in dem neuen Minenabschnitt, der wohl sehr viel härter sein soll. Äh, 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 äh. Au. Au. Au.